Alexander, ich merke mich von Online-Shop bezüglich der Anfrage, dass Sie wegen das Produkt normal selbst gestellt haben. Spreche ich da mit dem Herr Gregor Jägermann? Ja, der ist am Telefon. Hey Jägermann, wie geht es Ihnen heute? Geht es Ihnen gut? Ja doch, soweit. Und wie geht es Ihnen an diesem schönen Tag? Mir geht es auch sehr gut. Das freut mich doch. Ja, gern doch. Super. Ich bin der Berater. Ich habe mich gemeldet bezüglich der Anfrage, die Sie hier gestellt haben. Okay. Ich wollte Ihnen nur kurz ein paar Fragen stellen, damit wir Ihnen auch das beste Rat geben können. Ja, sehr gerne. Ist Ihre Berufstätigkeit mit dem Risiko der Ansteckung mit Parasiten verbunden? Ja. Okay. Haben Sie kleine Kinder, Haustiere? Ich habe zwei Katzen. Okay. Haben Sie äußere Auswirkungen wie Papilloma oder Papilloma-Aufschlag? Was ist das denn? Ist das eine Vorstufe zum Cordycepsinensis? Genau, genau. Ja? Ne, sowas habe ich nicht. Also so keine Pusteln, Beulen oder sowas. Weil ich bin jetzt halt schon besorgt, weil ich bin jetzt halt ein paar Mal aus der sicheren Zone halt raus gewesen. Ich habe mich halt draußen umgeschaut, so ein bisschen, sagen wir mal, Treibstoff und Lebensmittel und sowas plündern. Und jetzt muss ich halt gucken, dass ich da halt irgendwie, falls ich mich doch infiziert habe, dass das halt nicht ausbricht bei mir. Ich verstehe. Darf ich noch fragen, bitte, wie alt sind Sie? Ich bin 73. 73? Ja. Okay. Ich habe mir jetzt alles dokumentiert, die Information. Ja. Erlauben Sie mir ganz kurz eine Zusammenfassung zu machen, bezüglich auch das Produkt. Okay? Ja, das können wir machen. Und Sie sind ja von der Fedra, ne? Genau. Ich melde mich. Genau. Genau. Ja, ja, ja. Aber ich will es nur noch mal sicher gehen, wenn ich jetzt mit diesem Mittel, wenn ich mich positiv testen sollte, ne? Dann kommt aber keiner hier mit und schießt mir eine Kugel in den Kopf, ne? Da gibt es ja Heilmittel gegen, ne? Nein. Wissen Sie, das Produkt, das wir von uns bekommen werden, wird natürlich sehr behelflich sein. Wenn ich erwähne, ich erkläre auch natürlich wieso. Ja. Dafür ist es, dass es effektiv zerstört alle Arten von Parasiten und Faulnisbakterien. Oh, das ist gut. Das hat die Auswirkungen von Papillonen und anderen schädlichen Folgen einer Infektion. Reinigt Samt und natürlich den Körper von Giftstoffen, Spacken, Allergen und Dieren. Dann stellt schnell die Arbeit des Systemes. Aber gegen Pilze hilft das ja auch, ne? Gegen Pilzparasiten? Auf jeden Fall. Es ist ein Komponent, das von nur 100% sich pflanzlicher Komponenten entsteht. Das hat überhaupt keine Nebeneffekte und es funktioniert in einer Ketteform, das alle Formen von Parasiten. Okay? Das ist gut. Ach, das baut eine Immunität auf? Genau, es baut eine Immunität auf. Das ist ja großartig. Es gab Kunden, die das bestellt haben und verwendet haben. Da haben es ein sehr positives Feedback gegeben. Also die leben auch alle noch, ne? Die konnten geheilt werden vom Cordyceps, ja? Auf jeden Fall. Das ist ja großartig. Wie lange dauert das denn? Weil wenn man sich jetzt infiziert hat, das geht ja relativ schnell, bis das dann halt anfängt zu wirken im Gehirn. Wie lange dauert das Mittel von Ihnen denn, bis das da, sag ich mal, hilft dagegen? Ich erkläre es Ihnen. Eine gute Frage, die Sie auch gestellt haben. Es ist sehr wichtig, dass ich jetzt Ihre Frage beantworte. Bezüglich dieser Produkte jetzt. Basiert auch an der Information, die Sie zur Verfügung gestellt haben, ist es sehr wichtig, diese Produkte für einen Zeitraum von 1,5 bis auf 2 Monate zu verwenden. Ja. Ohne die Kurs zu unterbrechen. Damit Sie nicht nur die gewünschten Wirkungen 100% sehen können, sondern auch, was am Wichtigen ist, dass Sie auch diese Effekte für eine sehr lange Zeit beibehalten danach im Körper. Okay. Also das bleibt im Körper drin. Und wenn der Cordyceps halt eindringt durch eine Bisswunde, dann kann das abgewehrt werden vom Körper. Genau. Und das verstärkert auch das Immunsystem, wie gesagt. Das ist ja großartig. Es funktioniert mit einem Speichereffekt im Körper natürlich. Und das Gute dabei ist, dass bei einer Behandlung, das auf 60 Tage geht, sobald Sie diese Behandlung auch beendet haben, ist es nicht notwendig, dass Sie das nochmal wiederholen. Ach so, das ist dann eine dauerhafte Immunität wie eine Impfung quasi. Genau, quasi wie eine Impfung. Mensch, da haben sich die ganzen Menschenversuche und Hinrichtungen der Federer ja richtig gelohnt, wenn Sie das dann geschafft haben. Das ist großartig, dass Sie sowas anbieten können. Wir waren jetzt ja in letzter Zeit oft draußen aus der QZ und wir haben auch viele Sachen zum Tauschen. Aber das machen wir dann am Ende. Also ich möchte das gerne haben. Im Fall, im Fall. Das ist gut. Nein, er hat aufgelegt. Hoffentlich ruft er zurück. Das war ja sowas von episch. Ich weiß nicht, hier. Ah ja, da sind Sie wieder. Ich dachte gerade schon, Sie sind von dem Klicker geholt worden. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Dann bin ich ja froh. Erlauben Sie. Super. Erlauben Sie mir kurz mal zusammenzufassen das Ganze. Wie gesagt, wir würden Ihnen empfehlen eine Behandlung, das auf 60 Tage ist und das geht für einmalig danach wieder. Und Sie haben auch keinen Bedarf mehr, das Ganze wieder nachzubestellen. Das ist super. Für eine 60-Tage-Behandlung, es werden jetzt davon sechs Packungen benötigt. Sie brauchen aber nur vier zu bestellen, weil zwei werden Sie von uns gratis bekommen. Ja. Der Gesamtpreis natürlich für diese Kur-Behandlung wird danach nur 196 Euro sein. Das ist ja geschenkt. Vier Packungen, zwei bekommen, zwei sind danach geschenkt dann wieder. Das Paket werden Sie innerhalb von fünf bis sieben Tagen direkt auf die Tür bekommen, wird das mit der AL zugesendet. Ich werde Ihnen noch eine Telefonnummer hinterlassen. Ja. Also, dass Sie im Fall, dass Sie eventuell Fragen haben oder Hilfe benötigen oder einen Rat haben möchten, können Sie uns gerne nochmal kontaktieren. Ah. Wegen Verlauf der Behandlung können Sie uns gerne nochmal anrufen, sind dann auch die anderen Berater, die Sie sicherlich auch zur Verfügung stellen. Ja. Sie können sicherlich jegliche Symptome an denen weitergeben, und wie Sie sich fühlen und wie sich das auswirkt und damit Sie noch in Kontakt bleiben. Weil die Arbeit beendet ja auch nicht nur mit dieser Bestellung, sondern wir können natürlich Sie auch verfolgen dabei. Das ist großartig, dass wir das Energienetz soweit jetzt wieder haben, dass Sie da, sage ich mal auch, dass man Sie anrufen kann, wenn man Hilfe braucht. Ja, ja. Weil wenn da irgendwie die Fireflies kommen oder ich da eine größere Horde entdecke, da muss ich meiner Regierung ja bezeitgeben, dass Sie dann da auch, weil wir sind ja treue Diener, dass Sie das halt auch alles wissen und uns dann helfen können. Auf jeden Fall. Dörf ich dann, wenn jemand sagt, Kann ich das denn, ich bin jetzt einfach mal so dreist und frage, weil ich, Sie wissen ja, durch die ständige Stasi gleiche Überwachung, ich habe ja auch noch eine Frau, die Margret, kann ich das für meine Frau auch gleich bestellen? Können wir das auch haben als treue Bürger? Auf jeden Fall. Hat die Frau die gleichen Symptome jetzt? Ja, ja. Das ist ja vorbeugend. Okay. Das ist ja keine großartige Symptomatik. Ich bin halt nur, weil das das Problem ist. Wir haben jetzt ja hier so einen Dieselgenerator und das Zeug, das wächst ja nicht auf Bäumen. Wir sind jetzt halt mit ein paar Kanisterchen, trotz des hohen Alters, halt immer draußen unterwegs und versuchen halt, wo wir hier noch ein paar Konserven, da noch ein bisschen Sprit, hier und da vielleicht noch mal aus einem alten Wagen, sagen wir mal einen Koffer, wo man dann noch, sagen wir mal, meine Frau, die näht dann hier, sage ich mal, so die Tarnetze und alles. Und da sind wir halt immer sehr viel unterwegs. Und da ist halt dann doch die Gefahr, auch wenn die Gebiete hier von der Fedra als sicher eingestuft wurden, dass da halt vielleicht noch mal was ist. Ich verstehe. Und deswegen wollen wir da halt gerne so eine Immunität auch haben. Das ist dabei. Ich hatte Ihnen erklärt, das funktioniert mit einem Speichereffekt, aber die höchste Immunität und eine stabile Remission auch zu erreichen, es wird auch empfohlen, dass Sie, wie gesagt, eine Behandlung auf 60 Tage. Jetzt für Sie, Sie hatten gesagt, 60 Tage ist schon einverstanden, aber bezüglich für die Frauen, möchten Sie auch, dass die Frau eine Behandlung beginnt, jetzt auch für 60 Tage oder möchten Sie einfach erst mal nur ausprobieren jetzt? Wie sollte das sein? Nein, nein, also da würde ich, wenn Sie sagen, das ist ja ein sicheres Medikament, da gibt es ja keine Nebenwirkungen, oder? So Halluzinationen oder irgendwie sowas? Nein, nein, nein. Das sind nur Pflanzenextrakten. Das sind nur Pflanzenextrakten und überhaupt keine zusätzlichen Nebeneffekte. Und trotzdem absolut wirksam gegen den Cordyceps Sinensis und den Cordyceps Militaris, ja? Weil das sind ja, sagen wir mal, so die Haupterreger eben. Das würde ich auf jeden Fall, dann soll meine Frau, also wenn sie so großzügig sind, dann nehme ich das auch gleich für meine Frau, weil die soll das ja auch noch, die soll ja auch noch ein bisschen was haben vom Weltuntergang, ne? Das will man ja genießen, da oben schön auf dem Dach sitzen und gucken, wie da drum die Jungen alle gegen die Mutierten eben kämpfen und dann eben Wetten abschließen, wer zuletzt noch steht, ne? Weil ich würde das schon auch von meiner Frau haben wollen. Ja, auf jeden Fall. Dürfe ich nur das fragen, weil ich sehe, dass sie im November auch zwei Bestellungen gemacht haben. Sie haben die nicht bekommen, sehe ich hier, auch von vorher. Ja, der hat die nicht abgegeben, der ist einfach wieder weggefahren, obwohl wir zu Hause waren. Der Postmann meines Erachtens. Ja, der ist einfach weitergefahren. Mhm. Wie lange dauert das denn diesmal, bis das kommt, dann stelle ich sicher, dass wir auch nicht gerade auf Beutezug sind. Okay. Wissen Sie, dann können wir das so machen. Wir werden Ihnen jetzt vier plus zwei Packung senden. Ja. Das ist jetzt, wie gesagt, das ist für 169 Euro. Aha. Ja. 196 Euro. Ja. Sie bekommen noch zwei Packungen von meiner Seite als ein Geschenk, jetzt in einer Form mit einem Bad, würde ich sagen. Oh. Das bedeutet, 196 Euro sind sechs Stück plus zwei Packungen, dass Sie jetzt von Promotion bekommen können. Ja. 40 Euro, das wird danach im Gesamtpreis von 236 Euro danach sein. Das bedeutet, Sie können eine Kurbehandlung beginnen, nur Sie. und zwei Packungen können Sie danach die Dame anwenden. Danach wieder, wenn die Dame danach sicherlich auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden ist, Sie können noch mal anrufen und natürlich noch ein paar Packungen mehr auf die Dame dann bestellen. Okay. Das hört sich wunderbar an. Acht Packungen für 236 Euro. Mensch, und da soll noch mal einer sagen, die Federer ist böse. Also ich finde das ja so toll, dass Sie sich da, sagen wir mal, so engagieren und den Bewohnern halt auch so helfen. Auf jeden Fall, das ist meine Pflicht. Wissen Sie, Gesundheit kommt als erstes, Geld kommen und geht, aber die Gesundheit kommt als erstes. Ja, das ist richtig. Vor allem, wenn so ein Viecher einem ja mal erwisst hat, dann ist es halt vorbei. Jetzt möchte ich aber gerne mal noch fragen, wo ich gerade die Profis dran habe, wegen den Klickern. Gibt es da irgendwie was, weil das ist ja, sagen wir mal, auch wenn man von den Bissen dann gesützt ist oder von der Infektion, aber die Viecher, die zerfetzen einem ja in der Luft. Gibt das da denn auch irgendwie ein Mittel, dass man, sage ich mal, sich leiser fortbewegen kann? Eine Schleichpflanze oder sowas? Was Sie haben? Natürlich, ich würde Ihnen auch eine Telefonnummer jetzt weitergeben. Wie gesagt, unsere Kundin, die ist auch in Deutschland und dann natürlich bezüglich Fragen oder zusätzliche Informationen, Sie können sich gerne mit Ihnen danach weiterwenden. Das ist gut, ja. Lasst uns nur zusammen jetzt nur eine kleine Bestätigung machen beziehungsweise Ihre Adresse und wie gesagt, dieses Mal schicken wir das Paket und die von DHL würden das Produkt von fünf bis sieben Tagen zukommen lassen. Ja, das kommt halt darauf an, je nachdem, wie die Karawane halt durchkommt, weil das sind ja auch ein paar Bloater unterwegs gewesen hier. Die werden ihn einen Tag vorher kontaktieren. Ach so, da kommt dann noch mein Boote durch vorher, ich verstehe. Die werden ihn einen Tag vorher kontaktieren, dass sie sich mit denen danach eignen können. Super. Dürfen Sie, können Sie mir bitte kurz ganz schnell Ihre Postleitzahl geben, bitte, damit ich das hier ins System eintragen kann für die Lieferung? Wie lautet Ihre Postleitzahl? Nochmal, was war das? Also Postleitzahl, ja, das ist 20359 Hamburg, QZ Hamburg. Und die Straße? Also die alte Anschrift, bevor das alles den Bach runterging, war Repaban mit 2E geschrieben. Und das Gebäude, das jetzt hier der Funkturm ist, das ist 7C, ist die alte Adresse. 7C. Genau, genau. Das ist quasi das, das weiß der... Ja? Darf ich noch fragen bitte, welchen Namen steht auf der Tür auf dem Briefkasten? Ja, meiner. Einfach Jägermann oder Gregor Jägermann? Da steht nur Jägermann dran, weil die müssen ja immer wissen, wo ich gerade bin. Da ist ja unten auch, sag ich mal, so ein Einwohnerverzeichnis dran. Das kann Ihnen der Federer Blockwart kann dem das dann aber auch sagen, in welchem Zimmer genau ich sitze, weil das kommt halt immer drauf an, wo meine Frau und ich gerade Dienst haben und ob gerade Ausgangssperre oder Alarmstufe gilt oder oder sonst irgendwas halt gerade ist. Haben Sie jetzt zu schreiben, dass ich noch unsere Telefonnummer hinterlassen kann? Ich hole mir gerade mal kurz das Chiffriergerät, weil das ist ja sicher verschlüsselt, was Sie da für mich haben. So, einen Moment. Jetzt können Sie loslegen. Okay, jetzt die deutsche, unsere Kundendienstnummer, das in Deutschland ist. Ja, ja. Jetzt plus hier noch natürlich ist die deutsche Vorwahl, dann kommt jetzt die Nummer 322. 322. dann kommt 132. 132. 49 020. 49 020. Ich jag das mal kurz durch die Dechiffrierung und gebe Ihnen dann einmal das Kennwort zum Abgleich zurück. Das Kennwort ist 00 WC frisch. Können Sie das bestätigen? Welchen Code wählen wir jetzt? Das Codewort für den Transport ist 00 WC frisch. Code von Transport ist nicht notwendig. Wie gesagt, bitte Sie, ich hätte jetzt gedacht, weil das, das habe ich verstanden, aber ich hätte jetzt gedacht, dass ein Immunisierungsmittel für den Cordyceps höchste Sicherheitsstufe hat, aber wenn Sie dafür kein Passwort brauchen, ist das in Ordnung. Ist nicht notwendig. Müssen Sie denn noch? Wir haben sehr selten. Ja? Ja, was wollten Sie sagen? Nur eine kurze Bestätigung und zusammenfassen gemeinsam mit Jägemann. Ich habe dann mit dem Herr Gregor Jägemann gesprochen und Ihre Bestellung kommt jetzt 5 bis 7, aber ich sage an die Adresse jetzt Reperspan 720359 in Hamburg. Okay? Genau. Auf dem Briefkasten steht jetzt ganz einfach Gregory Jägemann. Ja? Die Bezahlung danach, Sie haben die Möglichkeit auch gleich sofort mit Kreditkarte zu bezahlen, falls Sie Visa oder Mastercard haben. Nee, nee, das funktioniert ja schon lange nicht mehr. Ich gebe dem Boten die Tauschware, wenn der hier ist. Der nimmt ja so weit alles an, Siegenhörner und so. Sie können per Nachname, genau, Sie können auch per Nachname bezahlen. 5 bis 7 Arbeitstagen, die werden ihn einen Tag vorher kontaktieren und mit denen sich koordinieren lassen. Sie haben jetzt nochmal 4 plus 2 Packungen von Normadex bestellt jetzt. Das ist dann auch für ein Gesamtpreis haben wir gesagt für 196 Euro plus 2 Packungen für die Dame dann für 40 Euro insgesamt 236 Euro für 8 Packungen. Bestätigen Sie diese Bestellung? Ja. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Jägermann. Jetzt möchte ich gerade nochmal fragen. Also das waren 6 Wochen, haben Sie gesagt, wo man das nehmen muss. 60 Tage. 60 Tage. Nee, das sind ja nicht ganz... Und jeden Tag dann 1, 2, 3, oder wie funktioniert das? Ich höre Ihnen das jetzt sofort. Die gebrauchweise ist sehr einfach. Gebrauchweise. Okay. Oh, so laut auch bei Ihnen. Da ist ein Klicker im nächsten Raum. Was soll ich machen? pro Tag. Ein Kapsel einmal pro Tag nehmen. Okay. Was soll ich machen? Kann ich weglaufen oder soll ich schießen? Hallo? Was soll ich machen? Ich höre. Was soll ich machen? Hallo? Fedra, schicken Sie schnell eine Spezialeinheit. Hier sind zwei Flüge im Gebäude. Nee, nee. Dann Herr Jägemann. Können Sie mich hören einen Moment? Herr Jägemann. Können Sie mich hören? Ja, da waren zwei Klicker im Haus. Ich bin jetzt aufs Dach geflüchtet. Können Sie schnell jemanden Sie kennen? Herr Jägemann. Ja? Kurz bitte wegen dir bestellen nochmal. Ja. Ich bin erklärt. nochmal jetzt. Ich habe mich an mich fokussieren. Können Sie ja, wie soll ich das denn machen? Die kommen uns doch holen. Können Sie bitte schnell jemanden schicken? Herr Jägemann. Herr Jägemann, wollen Sie mich hören jetzt? Ich habe so Angst. Herr Jägemann. Herr Jägemann. Jägemann. Herr Jägemann. Herr Jägemann ist im Kampf gefallen. Sie sind von der Federer-Zentrale. Wir brauchen hier dringend Verstärkung. Hier ist Kommandant Dimitri. Wir brauchen dringend Verstärkung. Okay. Okay. Können Sie schnell eine Patrouille... Schicken Sie eine Einheit, einen Hubschrauber. Jeden Mann, jede Frau, alles was Sie... Wir rufen immer noch an. Aber die Klicker kommen wieder. Schnell weg hier. Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Lasst euch nicht von solchen Betrügern verarschen. Und bitte, bitte, steckt euch nicht mit dem Kotizepsen. Und wenn ihr euch ansteckt, dann seid so. Seid so ehrlich zu euch selbst und blast euch gleich das Hirn raus, bevor ein Klicker aus sich wird. Ich gehe jetzt in den Helden tot.